Hey Leute, schön, dass ihr mich eingeschaltet habt hier bei Resident Evil 5. Ich mach direkt weiter. Ich hab das jetzt so eingestellt, dass die anderen Leute, die bei mir beitreten, mich hören können. Also, hm, wenn wir Pech haben, können wir sie auch hören, aber ich hatte auch... Und da die meisten nie gute Mikrofone haben, also so Headsets, kann es passieren, dass es ziemlich Störgeräusche sind. Ja, dann werde ich das so schnell wie möglich natürlich versuchen zu verhindern, weil auf solche Leute hab ich dann keine Lust. So, wir können wieder upgraden. Das werden wir eben kurz mal tun. So, upgraden, nicht verkaufen. Wollen wir jetzt schneller. Mehr Schaden reinpumpen. So, entfernen und geben. Verbessern, Kapazität. 50. Ja. Shiver, du kriegst das. Ähm, du kriegst... Auf diese Waffe. Boah, von 25 auf 40 aufgestocht krank. So, Shiver. Dann kriegst du noch das. Und das. Dann kriegst du komplett. Und dann kriegst du natürlich noch was zum Ausrüsten. Ähm. Ähm, RB. Alles verkaufen. Wir haben nichts mehr. Gut. Können wir irgendwas noch Neures kaufen? Oh ja, kugelsichere Weste. Die kaufe ich mir. Und die gebe ich natürlich auch mir. Mein Gott, ich muss jetzt mal mit den Tasten wieder klarkommen. Ach, guck mal, da möchte einer direkt beitreten. FDSG... Keine Ahnung, wie das ist. oh mein gott ja der hört mich jetzt ist die frage ob der mich versteht ich glaube weniger ich glaube eher englisch egal ich muss ja auch reden was wollte ich nachher wollte mir erstmal meine weste geben lassen nein was mache ich da unglaublich dann lassen wir das so und wir verlassen das hier und machen hier weiter gut also er hat kein headset also er ist nicht eingestellt dass man ihn hört der denkt sich auch nur was ist zur hölle geht hier los der labert 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 ich den nicht verstehen können es kann sein dass er mich nicht versteht das weiß ich nicht ist aber selten dass jetzt hier ein deutscher kommt dann geht's mal los hier gibt es auch ein emblem ich bin mir gar nicht mehr sicher wo das war ich glaube das war irgendwo doof versteckt dafür braucht man das scharfschützengewehr so habe ich noch keine granaten habe ich ja nicht mehr macht er das okay der schieß mache ich halt alleine das erzielen ich hab doch ein leser na jetzt hatte ich ihn ich glaube schon mal vorwärts was hast du da kommst na komm ich weiß aber dass da auch noch vielleicht noch viel mehr leute kommen was willst du irgendwie war es du gibst Headshot aber auch nicht was willst du du gibst erstmal einen Headshot so Geld mitnehmen Money mitnehmen nachladen ich glaube ich für einen Fall ne genau ich kann nichts mehr Stall Munition kann ich nicht mitnehmen so aber das kann ich nicht mitnehmen nein kann ich nicht mitnehmen so na komm tschüss ah verdammt sehr schön und in Deckung gehen oh oh lösen nicht genehm mitnehmen bist du peilen kein Problem genau rinde die ma genau so oh alter ah alter verpiss dich warte so wir haben ja genug Schaden jetzt mit der Waffe was da wow hell das tat ein wenig weh in meinen Ohren nehmen wir neben mir eine Blankgranate schnell schnell zurück 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 nachladen sicher sicher da komm zack zack das war ein bisschen doof oh hat sogar was geht bis da hinten hin so Frontangriff boom zack sonst noch was sonst noch wer so so kriegst das und das weil den Rest kann ich nicht gebrauchen so 34 perfekt war hier nicht noch irgendwie was genau stimmt der Typ da kam ja einer raus keine Ahnung wo er her kam aber er geht da hinten hin äh bisschen wie gesagt er kommt wir schießen ihn dort hin wo er her kam bleibt da hinten und vermoder so Kraut Geld sehr schön so ach ich hab die Karte nicht ach so hat er jetzt allein aktiviert gut gut das Emblem meine ich brauchte mal ein Schatzschützengewehr aber man kann es auch ohne schaffen es hat nur etwas schwieriger dann mhm mhm na das hab ich halt aufgenommen mhm was was mhm wo ist denn geben ok was willst du bleib weg von mir oh nein Au Aua 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 das ist doch mhm schon wieder wir hatten da falsch gebrochen jetzt mal ne Kollegin Video das war schön er soll sich mal um den Typen da oben kümmern ich muss nachladen nachladen ich treffe dich trotzdem auch von dieser die munition brauche ich nicht entdeckung schnell auf die methan gase ok auf die gasflaschen ok alles ruhig da ist pistollen munition da haben wir noch eine gasflasche haben wir ganz gut gelöst ich meine sonst gab es hier nichts das emblem ist erst weiterhin nach oben wunderbar ja 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 das das ist k w w w w w wesker ich dachte er ist tot nein erst nicht tot leider ich mag den typen auch nicht so sieht er jetzt schon mal sehr lecker aus wieder allem wieder mal blut überall die kombination der green-red in your inventory ich bin nicht gut was mach ich da ich bin nicht gut in englisch nein nein ich hasse diese szene! der admin oh nein sie ist nicht drauf ach du bist doch so doof nur stupid! nein nachladen nachladen für fuck ach komm schon ausreichend gegen scheiß lika aua 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 legt doch die scheiß Mine warum mit nem Scharfschützengewehr nach nahm oben komm her schlitt sich auf Mist hier ok ich glaube ich verliere den Kampf der hat bessere Krallen als ich ok das ist Munition für mich zu stechen genau so oh cool ich habe sogar noch erreicht Herzschmerz das ist gut ok aber hier das waren nicht die einzigen die hier noch kommen es werden gleich noch mehr leider jetzt hat er sich geheilt oder hat er noch sein Heilkraut? nein ah fuck nein 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 nicht oben ich hasse es wenn die oben sind nein 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 äh abholen 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 ich muss nachladen 29 Schuss noch ich habe gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr Mist verpiss dich komm wir sterben ich schieße in den Arsch rein verpiss dich geht doch zu stechen zu stechen schade zu stechen zu stechen um 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 zu stechen ich wollte ihm mit heilen noch nicht Oh nein You have a mind You have a mind Come on Yes No Fuck Good job Das darf doch nicht wahr sein Das ist das Expo Self So Minen nehme ich mit, ich habe nichts mehr An Heilung nehmen wir auch mal mit Was kann ich denn der denn geben? Ich glaube gar nicht, der hat eigentlich auch genug, ne? Warte, wie viel Schaden macht die denn jetzt eigentlich? Na ja, die hat immer noch so wenig, könnte die Kapazität erhöhen, super. Ne, ich glaube da machen wir eine AK-47 Sie ist gut Jetzt geht der Scheiße mit von vorne los Ah, das ist ein normal Green Hub Ah, okay, thanks So, platzieren wir das Ganze Und 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 dann da hinten Okay, oh, wenn die nach oben lang gehen Sit, ihr shit Boom Boom Danke für die Hilfe Danke für die Hilfe Komm schon! Falsche Taste So